Wir haben uns, glaube ich, den perfekten Tag ausgesucht, um einfach nur ein bisschen in eine andere Ecke zu fahren. Wir sind jetzt hier auf dem Weg in die Snavisness, das ist eine Halbinsel nördlich von Reykjavik und wollen dann noch ein bisschen wandern gehen und heute ist so ein Scheißnetter, naja, aber irgendwie macht es auch Spaß, einfach mal hier so im Regenwind zu stehen und guckt diese Wellen an, das ist geil. Die letzte Nacht war wirklich unheimlich stürmisch. Haben wir aber trotzdem überlebt, auch wenn es ein bisschen gewackelt hat. Wir sind jetzt hier ganz an der Spitze von der Snavisness. Hinter mir sieht man nicht den Snavis Jörkö, dem größten Ledger hier. Und hinter mir, was wir jetzt nicht sehen, sind unheimlich schöne Steilküsten. Eigentlich wollten wir heute wandern gehen. Wie man schon sieht, ist es immer noch recht windig. Vielleicht machen wir es vielleicht auch nicht, aber da kommen wir später zu. Und jetzt sage ich mal, weil wir nicht so gut gemacht haben. Was halten Sie von dieser White Beach Qualität? Der Sand ist ausserordentlich. Er ist ganz schön. Was man bei solchen Stränden nicht so sieht, ist der schwarze Anteil, den es doch noch hat im Sand. Das gibt eine ganz interessante, gepflegte Art. Es hat eigentlich vorherrschend drei Farben. Weiss, Gelb, Goldgelb und Schwarz. Und das in Kombination sieht sehr schön aus. Also grundsätzlich würde ich diesem Strand von der Sandqualität 7,5 von 10. Hier oben ist jetzt der Weiss und Gel vorherrschend. Wenn man ein paar Schritte runter geht, sind wir hier mit einem viel höheren schwarzen Anteil. Das Ganze wieder viel durch die Nacht, die Schweiss. Stopp Nr. 4, Strand. Ah, windig. Gehen wir weiter. Gliessant. Also eine Pampe. Eine Pampe von unten. Und dann aber schöne Steinchen. Ja. Stones from Iceland. Sand. Sand and stones. From Iceland. Und auch wenn ein bisschen Kakvetta ist irgendwie. Das kann man so geniessen. Mhm. Wenn man genug an hat, ist es auch ganz angenehm so am Strand chillen. Aber in Island machen wir auch keine Strandferien. Das ist so. Nein. Da sind wir hier ein bisschen falsch. Aber jetzt der Golden Circle. Lohnt sich das? Oder so im Vergleich zu dem, was wir so zuvor gesehen haben? Ja, es hat ein paar coole Sachen gehabt. Ja, coole Sachen gesehen. Es hat schon... Also ich meine, es ist jetzt beschwerend auf hohem Niveau, aber es hat schon viele Leute gehabt. Ja. Ja, das stimmt. Wenn man schon aufpassen muss, dass man erst so um 20 Uhr oder so irgendwie allein ist. Und dann irgendwo da ist. Ja, ja. Ob es heute Nacht auch wieder so stürmt? Ja, mutlich. Ja. Was hat dir am besten gefallen? Den letzten Tag? Ich fand ein Gezier unheimlich cool. Aber ich glaube das Highlight war wirklich schon das Gewächshaus. Ja. Fand ich irgendwie... Eigentlich, das klingt so banal. Aber... Es hat so eine coole Atmosphäre gehabt oder so. Und auch wenn es... Als es das Restaurant dann aufgemacht hat... Es ist schon touristisch. Aber auch zu Recht. Ja. Ja, das ist echt cool. Es ist mega gemütlich zu dir jetzt essen. Ja. Jetzt windet es mir gleich meine Mütze weg. Ja. Jetzt wird es hier langsam ein bisschen rauer. Ja. Boah, jetzt windet es so heftig. Ja. Ui, schau, da kommt ein bisschen zerrecken. Boah, yes. Jetzt sind wir auch die einzigen am Strand. Selbst die da hinten sind. Ah, da ganz hinten gehen gerade die Letzten. Ja. Da hinten gehen gerade die Letzten. Ja, wollen wir mal hoch? Ja. Ja, und dann probieren wir morgen nochmal auf den Berg rauf. Ja. Vielleicht, hoffentlich. Ja. Ja, dann machen wir das mal. Alright. Schmeckt's? Tschüss. Was gibt's? Spaghetti und Püzzeram-Sauce. Die ist jetzt auch noch am einköcheln. Weil, ja, ist ja klar. Wenn ich hier einbringe habe, werde ich auch den Gas geben. Und in der Grund sind Spaghetti am Köchen. Und ich mache in der Zeit ein bisschen Backup. Ja, ich muss ja... Nicht, dass es so aussieht, als würde ich nicht kochen, aber... Ich lasse mich immer mit kochen. Ich lasse mich immer mit kochen. Ist halt auch viel schöner als... Dafür mache ich einen Abwasch. So, manchmal. Spaghetti. Spaghetti. Was fehlt? Wir haben mega viel als die Mohnen mit Spaghetti. Ja. Nice. Das Wetter hat sich so ein bisschen zum Besseren gewendet. Es windet fast gar nicht mehr. Nein, es windet ja wirklich nicht mehr. Dafür regnet es jetzt so ein bisschen konstant. Aber mit sowas muss man, glaube ich, in Island rechnen. Wir schauen jetzt mal, ob wir heute zu dem Berg hinkommen und wandern können. Und in Wasserfall. Der muss auf jeden Fall schön sein. Schauen wir uns das mal an. Die Tankleuchte leuchtet. That makes no sense. Oder ich schaue jetzt mal den Stecker an. Das Wetter hat sich noch nicht geändert. Der geht jetzt mal raus. Wird ein bisschen nass. Aber ich glaube, bei so viel Regen lohnt sich das. Weil dann haben Wasserfälle richtig viel Wasser und es sieht gut aus. Der Vorteil an Regenwetter. Es hat wenige Leute. Und mehr Wasser im Wasserfall. Das ist schon geil. Das macht sich total neu. Ja, unglaublich. Oh, da hat es richtig viel Wasser drin. Aber irgendwie ist das so geil, so ein Wetter, oder? Also ich finde, es hat sich gelohnt für den Wasserfall da rauszulaufen. Und solange man Wechselklagen dabei hat, geht das so. Hört jetzt noch Heizung an, hört man gerade. Vielleicht noch ein Hot Bull oder so. 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 Oah. Schon entspannt so. Der Good Circle und die Snaffitsnes Peninsula haben schon einiges zu bieten. Geziere, Wasserfälle und alles steckt irgendwie so voller Energie und es wird auch rege genutzt, wie wir zum Beispiel im Friedheimer gesehen haben. Im Gegensatz zu anderen Führern würde ich nicht empfehlen nur einen Tag für das Einzelplan, weil so kann man auch mal mit mehr Zeit ein bisschen mehr entspannen und einfach mal relaxen. Ich glaube du kannst jetzt auch mal ein bisschen entspannen. Die Aussicht hier ist einfach genial. Das war's für diese Folge. Nächstes Mal geht's in die Westfjords und wir stürzen uns auf ein echtes Offroad-Abenteuer. Seid darauf sehr gespannt, es war sehr chaotisch. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.